Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute will ich dir kurz ein Filterset vorstellen von der Firma KNF Concept. Das haben die mir zum Testen überlassen und das ist ein Magnetfiltersystem. Ich habe schon mal ein Magnetfiltersystem vorgestellt. Jetzt gibt es das auch von der Firma KNF Concept, die in den letzten Jahren, finde ich, immer hochwertiger geworden sind, was ihre Produkte angeht und deswegen wollte ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Also schauen wir als erstes mal rein, was wir denn hier bekommen. Und wie man sehen kann, hatten wir hier als erstes eine schöne kleine Tasche, in der eben dann auch entsprechend die Filter drin sind, in so einer Fächertasche. Das heißt, da kann man wunderschön das Ganze verstauen. Und jetzt holen wir mal raus, was da alles drin ist. Das hier ist ein Polfilter, dann haben wir ein UV-Filter. Einmal ND1000 und dann letztendlich der Magnetadapterring. Wie gesagt, Tasche hochwertig. Der Reißverschluss ist hier auch an der Seite abgedichtet. Man hat eine Gürtelschlaufe, sodass man das entsprechend dann auch an den Gürtel tun könnte. Oder hier so einen kleinen Haken, um es an den Rucksack zu hängen zum Beispiel. Also praktisch, relativ stabil. Da hätte ich jetzt keine Bedenken, wenn das Ding mal runterfällt, dass die Filter letztendlich kaputt sind. Gut, was haben wir hier für ein Set? Im Grunde kann man es mal so sagen. Einmal haben wir den Ring hier, den man aufschrauben kann aufs Objektiv und der dann der Adapter ist. Oder alternativ kann man den UV-Filter draufschrauben. Man kann nicht den UV-Filter auf den Adapterring. Das hält zwar so ganz leicht, aber die Magnetverbindung ist dann einfach nicht stark genug. Zum Vergleich, wenn wir mal das Ganze so zusammensetzen, ist die Verbindung deutlich stärker und da muss man schon ein bisschen dran ziehen, um das auseinander zu kriegen. Also es ist nicht dafür gedacht, den Adapter drauf zu machen und dann noch den UV-Filter. Aber das macht letztendlich auch keinen Sinn. UV-Filter, Leute, die meinen Kanal schon länger sehen, wissen, dass ich davon relativ wenig halte mittlerweile. Das war vielleicht früher mal notwendig, dass man UV-Filter verwendet hat. Das halte ich mittlerweile für nicht mehr notwendig und deswegen kommt der UV-Filter gleich mal auf die Seite. Stattdessen hätten wir gerne einen ND64 oder sowas reinmachen können in das Set. So, wir machen jetzt mal den Adapterring-Schrauben auf. So, schon ein bisschen fest, aber natürlich nicht zu fest, dass das Ganze dann kaputt geht. Und jetzt können wir sehen, wir können ganz einfach unsere Filter da drauf klicken und haben jetzt eben zum Beispiel den Pol-Filter vorne drauf. Das Schöne ist, den Pol-Filter kann ich jetzt problemlos auch drehen. Das heißt, da muss ich dann keine Angst haben, dass der runterfällt. Man kann einfach drehen drauf und Pol-Filter, wie wir wissen, sollte man ja drehen können, um eben die gewünschte Pol-Wirkung letztendlich einstellen zu können. So, jetzt können wir über das Ganze noch problemlos zum Beispiel den Tausender-Filter drüber machen und wir können immer noch das Ganze drehen. Das heißt, die Kombination dieser Filter ist auch kein Problem. Probieren wir es nochmal andersrum aus. Erst den Tausender, dann den Pol. Würde auch gehen. Hat dann hier so einen kleinen Abstand. Ja, also gucken, ob man das im Video erkennen kann. Da ist hier so ein kleiner Abstand dazwischen. Das hält allerdings. Also da muss man keine Sorgen haben, dass das in irgendeiner Form runterfällt von der Kamera. Aber in dem Fall wäre es sinnvoller, sicherlich zuerst den Pol-Filter drauf machen. So würde man auch fotografieren. Das heißt, wenn ich Pol-Filter und ND-Filter mischen will, tue ich ja erstmal den Pol-Filter einstellen und dann meine Belichtungszeit einstellen und dann den Tausender obendrauf. Weil davor will ich auch noch fokussieren und so weiter. Sobald der Tausender drauf ist, kann die Kamera wesentlich schlechter fokussieren, weil es natürlich sehr, sehr dunkel ist letztendlich. Genau. So. Ausprobiert habe ich das Ganze mal und keinerlei Beeinträchtigungen der Bildqualität gefunden. Das heißt, wir sprechen hier definitiv von hochwertigem Glas. Die Pol-Wirkung von dem Filter ist ebenfalls sehr, sehr gut. Somit bin ich sehr zufrieden mit der Qualität von dem System. Wie gesagt, als Verbesserungsvorschlag habe ich an KNF weitergeleitet, ob man nicht den UV-Filter vielleicht ersetzt, durch zum Beispiel einen ND64-Filter oder zum Beispiel eine kleine Kappe, die man dann oben drauf machen kann, um das Objektiv zu verschließen. Man kann zwar in den Adapterring hier auch wiederum die Verschlusskappe von dem Objektiv anbringen, aber es wäre doch praktischer, wenn man da auch so einen Magnetverschluss letztendlich hätte. Sie haben schon geantwortet, Sie wollen das Set auf jeden Fall erweitern bzw. weitere Filter für dieses Magnetset rausbringen. ND64, ND8 zum Beispiel, ND16 eventuell, konnten wir leider noch keine Details dazu letztendlich sagen, aber es wird auf jeden Fall noch weitere Filter dazu geben. Auf jeden Fall hat man dann schon mal ein wirklich schönes Einsteiger-Set in das Thema magnetische Filter und ich hoffe, dass noch einiges mehr von KNF-Konzept da kommt. Kleiner Wermutstropfen ist, ich habe ja auch das Magnetfilter-System von Freewell, leider sind die Polaritäten der Magnete gerade umgekehrt, das heißt, die stoßen sich gegenseitig ab. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls kann man leider diese beiden Magnetfilter-Systeme nicht kombinieren. Es gibt glaube ich noch von Kase ebenfalls Magnetfilter-Systeme, kann ich nichts zu sagen, hatte ich bisher nicht in der Hand. Aber die beiden sind untereinander nicht kompatibel. Vielleicht ist das Kase zu einem der beiden, muss es ja dann kompatibel sein, zum Freewell oder zum K&F-Konzept-System, denke ich mal. In diesem Sinne gerne mal Infos da lassen, ob du mit Filtern fotografierst, ob du Magnetfilter schon hast, benutzt oder ob du überlegst, dir sowas anzuschaffen. Ich werde dir auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung einen Link zu den Filtern reinsetzen. Und wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, gerne auch diese stellen. In diesem Sinne bis zum nächsten Video. Ciao!